Hol mir eine Eintrittskarte, konfrontiert Meg WME, nachdem das Thema des Met Gala 2024 bekannt gegeben wurde. Sie möchte sich als Prinzessin verkleiden. Das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art hat seine nächste Ausstellung und das Thema der Met Gala 2024 angekündigt. Am Mittwoch dieser Woche enthüllt die Vogue neue Details über das heiß ersehnte Modegala des Metropolitan Museum of Art, das jährlich am 1. Montag im Mai stattfindet und von den größten Stars aus allen Unterhaltungsbranchen besucht wird. Die Ausstellung mit dem Titel Schlafende Schönheiten – Die Wiederbelebung der Mode wird etwa 250 Exponate präsentieren, darunter 15 bedeutende Stücke wie ein Seidenbergkleid von Charles Frederick Wörs aus dem Jahr 1877. Sie erstreckt sich über 400 Jahre Geschichte. Die Führung wird auch alles von einem englischen elizabethischen Mide aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu Werken moderner Mode-Trendsette des 21. Jahrhunderts wie Philipp Lehm, Stella McCartney und Conor Eilis zeigen. Darüber hinaus werden Designs von legendären Modenamen wie Elsa Schiaperelli, Yves Saint Laurent, Christian Dio und Hubert de Givenchy gezeigt. Es wurde angekündigt, dass Megan nicht zur Maygala 2024 eingeladen wird, aber die Mitarbeiter von WME enthüllen, dass Megan mit ihrem Chef spricht, um eine Eintrittskarte für die Veranstaltung mit dem Thema Schlafende Schönheiten der Mode zu erhalten. Megan möchte sich in eine Prinzessin verwandeln. Megan denkt an Prinzessinnenkleider und das Tragen einer Tiara. Wenn die Verhandlung erfolgreich ist, wird sie ein Kleid mit einem rosenförmigen Kragen bestellen, die ihr Gesicht bedeckt und umrahmt, als wäre sie die Knospe einer Rose. Die Idee ist interessant, aber welche Marke würde auf Megan setzen? Es ist auch schwierig für WME, Megan zur Maygala mitzunehmen, da die Organisatorin Anna Winterherry und Megan schon lange auf die schwarze Liste gesetzt hat. Anna hat sich seit 2019 nicht mehr zu dem Paar geäußert. Anna Winter ist Royalistin. Sie wird keine Ausnahme machen wie bei den Kardashians. Hier möchten die Organisatoren, das Prinzessin Kate und William teilnehmen. Wenn Megan dabei ist, werden andere Gäste mit ihr auf dem gleichen Foto erscheinen, als ob sie sich kennen oder in irgendeiner Weise Zeitgenossen sind, selbst wenn jemand nur zufällig vorbeigeht. Einige Leute würden zwangsläufig in Gruppenfotos gezogen, in denen sie nicht sein möchten, aber höflich ablehnen können. Megan wird nicht eingeladen, solange Anna Winter das Sagen hat. Wie sie bemerkt haben, ist sie eine überzeugte Monarchistin. Eine interessantere Frage ist, warum Harry und Megan nicht an hochkarätigen Hollywood-Veranstaltungen teilgenommen haben. Ich erinnere mich daran, einen Artikel aus einer in der Regel pro Harry und Megan Publikation gelesen zu haben, in dem festgestellt wurde, dass Hollywood-Presseagenturen es verabscheuen, sie einzuladen, da sie zwangsläufig die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen würden. Harry und Megan sind offensichtlich dürstig genug, um an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, angesichts der Schwachen, die sie bisher gemacht haben. Die Met Gala 2024 findet am Montag, dem 6. Mai, in New York statt. Die Veranstaltung hat seit 2005 jedes Jahr am ersten Montag im Mai stattgefunden, außer 2020, als die Met Gala abgesagt wurde, und 2021, als sie aufgrund der Pandemie im September stattfand. Seit 1995 von Anna Winter organisiert und geleitet, ist die Met Gala zu einer allseits beliebten jährlichen Feier der Mode geworden, die als spendende Aktion für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art gilt. Traditionell markiert sie die Eröffnung der jährlichen Modenschau des Museums. Jahr für Jahr werden bei der Veranstaltung hohe Summen im achtstelligen Bereich gesammelt.